LPEG hat letzte Woche einen Bericht über solare und galaktische Implikationen des Erdbebens in Japan veröffentlicht. In dem Video sprach Linden LaRouche davon, dass wir es weiterhin mit großen Erdbeben entlang des pazifischen Feuerrings zu tun haben werden. Um diese und andere Prognosen aus der Wissenschaftsgemeinde zu diskutieren, sprechen wir jetzt mit Peter Martinson von unserer Basement-Forschungsgruppe. Peter, was kannst du uns über diese jüngsten Prognosen sagen, die alle vor gewaltigen tektonischen Aktivitäten entlang dieses Feuerrings warnen? Als wir gerade das Video veröffentlichten, gab es eine ganze Welle von Prognosen anderer Leute, die zur selben Zeit herauskamen. Einige von denen sind offensichtlich etwas sonderbar, die einfach nur auf die Tatsache hinweisen, dass es in der jüngsten Zeit eine gestiegene Anzahl an großen Erdbeben gab. Aber ein paar von denen sind ziemlich bemerkenswert. Ich werde auf zwei davon eingehen, einfach mal als Beispiel. Die erste kam gerade von einem Wissenschaftler namens Alexander Solowiev vom Internationalen Institut für Theorie der Erdbebenvorwarnung und mathematischen Geophysik. Er prognostiziert, dass wir bald ein großes Erdbeben auf der Kamtschatka-Halbinsel, die vor Russland liegt, erleben können. Wenn man da mal auf die Karte schaut, sieht man, dass das genau auf dem Feuerring Richtung Alaska und Nordamerika liegt. Direkt nördlich von Japan, oder? Genau. Er bezieht sich auf seismische Daten, dass nämlich immer mehr und immer ernstzunehmende Erschütterungen in der Kamtschatka-Region auftreten. Wir wissen ja auch, dass zwei oder drei große Vulkane in Kamtschatka ausbrachen, im selben Zeitraum wie das Beben in Japan. Diese Region heizt sich also auf und seine Prognose ist daher recht glaubhaft. Die andere Prognose kommt aus den Vereinigten Staaten, von einem Mann namens Jim Berkland, der war früher Geologe bei der Amerikanischen Geologischen Gesellschaft. Er prognostiziert für die Woche vom 19. bis zum 26. März ein Zeitfenster für seismische Ereignisse in Kalifornien. Kalifornien sei jetzt an der Reihe und Kalifornien sei eben mit einem schweren Erdbeben entlang der San Andreas-Verwerfung bedroht. Seine Anhaltspunkte sind ziemlich interessant. Er bezieht sich auf zwei spezifische Belege. Zum einen die Beziehung zwischen Mond und Sonne, relativ zur Erde, wo sich ja heute das sogenannte Supermond-Phänomen ereignen wird, wo der Mond seine kleinste Entfernung zur Erde hat und zur selben Zeit Vollmond ist. Wenn der Mond also in Opposition zur Sonne ist, sagt er, haben die Gezeitenveränderungen das Potenzial, die Erdbebenregionen zu destabilisieren. Sein zweiter Beleg, der ebenso interessant ist, bezieht sich auf merkwürdiges Verhalten von Tieren. Er spricht zum Beispiel davon, dass in der letzten Zeit mehrfach Fischsterben aufgetreten sind, wo eine große Anzahl an toten Fischen an die Strände getrieben wurde. Das geschah ganz kürzlich erst in Kalifornien und auch in Mexiko. Wie ist das mit dem Einfluss des Mondes auf die Erde? Wieso sollte man annehmen, dass der Mond tatsächlich tektonische Effekte auf die Erde hätte? Jeder, der an der Küste lebt, weiß, dass es jeden Tag zweimal Flut und zweimal Ebbe gibt. Dass also das Wasser zweimal täglich steigt und wieder fällt. Und dieses Steigen und Fallen hängt immer mit dem Vorüberziehen des Mondes zusammen. Der Mond zieht also vorüber und ihm folgt dann die Flut. Zwölf Stunden danach kommt die nächste. Ein volles Verständnis, wie das funktioniert, gibt es noch nicht. Aber wenn wir Vollmond haben, gibt es stärkere Gezeiten. Die Flut ist höher und die Ebbe tiefer als sonst. Da der Mond eine elliptische Laufbahn hat und der Erde im Perigeum am nächsten steht, entstehen zu diesem Zeitpunkt die stärksten Gezeiten des Monats. Heute Abend passieren aber diese beiden Ereignisse gleichzeitig. Nicht nur ist der Mond in seinem Perigeum, sondern wir haben auch Vollmond, bei dem Sonne und Mond in Opposition sind. Die Sonne beeinflusst ebenfalls die Gezeiten. Nun, was nur wenige Leute wissen, ist, dass die Gezeitenkräfte nicht nur das Wasser beeinflussen, sondern auch die Erdkruste. Die Kruste steigt und fällt um kleine Größenordnungen im Bereich von Zentimetern, jeden Tag zweimal. Der Mond zieht also quasi an der Erde und wirkt damit nicht nur auf das Wasser, sondern auch auf das Land? Scheinbar ja. Es gibt eine Reaktion der Landmasse auf die Position des Mondes. Und das kommt deutlicher zum Ausdruck, wenn beide Ereignisse, eine Opposition zwischen Mond und Sonne, sowie die kürzeste Entfernung vom Mond zur Erde, zusammenfallen. Und die Theorie von Birkland ist, dass, wenn die Erdkruste durch diesen Druck deformiert wird, dann das Potenzial vorhanden ist, dass sich die gewaltigen Spannungen entlang einer Störungszone entladen könnten. Und das ist ja genau die Lage entlang des Andreas-Grabens in Kalifornien. Geologen weltweit sind sich einig, dass ein Erdbeben für diese Verwerfung seit Jahrzehnten überfällig ist. Der andere Aspekt seiner Prognose hinsichtlich des Tierverhaltens ist ziemlich interessant. Er zitiert einige Fälle sogenannten Massensterbens von Fischen, die dann an die Küste von Mexiko und auch Südkalifornien getrieben sind. In seinen sogenannten Erdbebenprognosen bezieht er sich auch auf das Stranden von Walen, das Auftauchen von wilden Tieren in Städten und Zugvögel, die sich beim Pfortziehen irren. Dabei führt er all diese Dinge darauf zurück, und darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen, dass im Zeitraum von Erdbeben Anomalien im Erdmagnetfeld auftreten. Und all die genannten Tiere benutzen das Magnetfeld für ihre Migration. Wale tun das und Fische scheinbar auch. Der Thunfisch und der Lachs zum Beispiel können anhand des Magnetfeldes navigieren. Bei Vögeln dasselbe. Magnetrezeption war ja auch Gegenstand eines Berichtes deines Forschungsteams, der vor kurzem hier veröffentlicht wurde, und zwar unter dem Titel Das erweiterte Sensorium. Eine der Schriften ging auf dieses Phänomen bei Tauben ein. Der Grund, warum in verschiedenen Kriegen Tauben zur Kommunikation benutzt wurden, war ihre Fähigkeit zu navigieren, ihren Weg nach Hause zu finden, egal wo sie sich befanden. Wie und warum funktioniert das? Ja, in dem Sensoriumbericht beschreiben wir das. Das ist einer der Gründe, warum wir diese Arten von Prognosen sehr ernst nehmen. Was wir in dem Sensoriumbericht beschreiben, ist, dass alle Organismen auf dem Planeten, zu einem gewissen Grad auch Pflanzen und auch der Mensch, sehr sensibel auf Bereiche kosmischer Strahlung reagieren, die außerhalb der üblichen, sichtbaren und hörbaren Sinne sind, was wir üblicherweise die sogenannten Fünf Sinne nennen. Wir zeigen in dem Bericht, dass es ein Betrug ist, zu sagen, wir hätten nur fünf Sinne. Es gibt viel mehr, zum Beispiel die Magnetrezeption. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass Menschen auf Magnetfelder reagieren. Es gibt sehr klare, offensichtliche Beweise, dass Vögel das Magnetfeld benutzen, um zu navigieren, obwohl das Erdmagnetfeld verhältnismäßig schwach ist. Wenn man schon mal einen Magnetkompass benutzt hat, dann sieht man, dass es eine Weile braucht, bis sich der Kompass einpegelt und dass jedes elektronische Gerät in der Nähe die Kompassnadel aus der Bahn werfen wird. Das Magnetfeld ist also nicht sehr stark und trotzdem können diese Organismen, diese Vögel, Wale, Fische, Richtungen wahrnehmen, relativ zu diesem Magnetfeld. Und wir stellen fest, dass diese Organismen sehr sensibel reagieren, nicht nur auf Magnetfelder, sondern auch auf ultraviolette Strahlung, Infrarotstrahlung, kosmische Strahlung. Alle Bereiche der kosmischen Strahlung werden wahrgenommen, egal wie schwach sie sind, bis herunter zu Mikrotesla, also äußerst kleinen Feldstärken. Man sollte also erwarten, in einem Zeitraum nahe eines Erdbebens, wenn sich das Erdmagnetfeld verändert, dass die Tiere darauf reagieren, selbst wenn die Veränderungen sehr, sehr klein sind. Der andere Aspekt, den Birkland betont, ist etwas lustig, ist aber auch etwas, was man erwarten würde. Wir haben schon erwähnt, dass Hunde und Katzen manchmal Erdbeben vorhersagen können. Nun, dieser Herr in Kalifornien beobachtet Tierheime, um zu sehen, wie viel mehr Hunde und Katzen zu verschiedenen Zeiten des Monats hinzukommen. Und scheinbar hat es gerade vor kurzem in Südkalifornien vermehrt streunende Hunde und Katzen gegeben, die aus irgendeinem Grund durchgedreht sind und ihren Besitzer verlassen haben, womöglich aus Überlebensinstinkt. Die Haustiere sind also nicht einfach wegen persönlicher Probleme weggerannt, die sie mit Herrchen oder Frauchen hatten? Ja, genau. Das hat nichts mit den Besitzern zu tun. Keine Panik. Eure Katzen und Hunde haben euch immer noch lieb. Die sind nur im Tierheim. Sie sind ein bisschen aufgeregt, weil bald ein Erdbeben zuschlagen können. Okay, also die Tiere lieben uns noch. Sie haben nur Angst vor Erdbeben. Jetzt gibt es ja viele Berichte im Internet von Leuten, die auch behaupten, Erdbeben vorhersagen zu können. Was genau macht jetzt die Prognosen, von denen du sprachst, so glaubhaft? Der Grund, warum wir an dem Erdbeben und an der Reihe von Erdbeben generell interessiert sind, ist, dass sie ein Problem für die Menschheit darstellen, weil wir nicht verstehen, was die Zusammenhänge sind. Wir wissen, dass es andere Beziehungen gibt und diese Herren weisen auf die spezifischen Arten von Beziehungen hin, die man erwarten würde. Es gibt da ein ziemlich großes Hindernis, das die Wissenschaftler davon abhält, Prognosen über Erdbeben zu erstellen und zu veröffentlichen, nämlich die Angst, die sie haben, dass sie die Menschen in Panik versetzen würden. Das würde eine Massenpanik auslösen, das wäre natürlich schrecklich. Dann würde es heißen, das wäre falscher Alarm gewesen und keiner wird mehr auf diese Leute hören. Aber Wissenschaft als Denkmethode bedeutet die Fähigkeit, zukünftige Zustände in unserem Universum vorherzusagen. Dazu gehört auch, zumindest innerhalb eines Zeitfensters, den Zusammenfall bestimmter Dinge vorherzusagen, wie zum Beispiel Erdbeben, Sonnenaktivität, Mondposition und ähnliche Dinge. Man bräuchte also auch eine Verbindung zur Regierung. Die Regierung sollte in der Lage sein, die Leute darauf vorzubereiten. Anstatt eines einzelnen Wissenschaftlers, der die Vorhersage macht und Panik auslöst, bräuchte man hier Zusammenarbeit, also auch eine öffentliche Bekanntmachung und eine Prozedur für die Vorbereitung solcher Ereignisse. Richtig. Zum Beispiel würde es absolut Sinn machen, wenn die amerikanische Regierung jetzt anfinge, auf so etwas wie ein gigantisches Erdbeben in Kalifornien vorzubereiten. Besonders, weil wir ja all die Bedingungen kennen, die da jetzt zusammenkommen. Das Problem ist, dass Obama im Amt ist. Und hoffentlich, es gibt ja Berichte, wonach es um die Zeit eines Erdbebens vermehrt Einweisungen in Irrenhäuser gibt. Das wäre ja die perfekte Gelegenheit, um den 25. Verfassungszusatz anzuwenden und einen irren Obama sicher loszuwerden als Opfer von Erdbebenwahnsinn. Vielleicht hält er das für angesagt und macht einfach mit. Genau. Und dort werden ihn auch alle mögen. Das ist doch prima. Ganz einfach. Der andere Aspekt davon ist allerdings, ja, Wissenschaft sollte etwas Vorhersehbares sein. Wir verstehen zwar nicht, was die Erdbeben auslöst, wir verstehen auch nicht, was genau die Beziehung ist, aber wir sehen einige sehr klare Zusammenhänge. Zum Beispiel, glaube ich, hatten wir gerade gestern eine weitere sehr große Sonneneruption. Die Sonne geht auf eine Periode größter Aktivität zu und sie hat den aktivsten Punkt noch nicht erreicht. Wir gehen davon aus, dass sie in etwa 2013 erreichen wird. Aber selbst das ist fraglich, weil die Sonne gerade einen Zyklus durchschritten hat, der zwei Jahre länger war als jeder andere Sonnenzyklus zuvor. Die Dinge ändern sich also bei der Sonne. Und dann haben wir noch etwas, das wir in früheren Videobeiträgen schon erwähnt haben, einen 62-Millionen-Jahreszyklus plus minus ein paar Millionen Jahre. Ein Zyklus nicht nur des Artenreichtums, sondern auch der Bewegung des Sonnensystems durch die Galaxie, die auch mit einem 62-Millionen-Jahreszyklus ansteigender und abfallender tektonischer Aktivität, zum Beispiel auch Vulkanismus, zusammenhängt. Sind wir denn jetzt innerhalb dieses Zyklus an so einer Art ungewöhnlichen Punkt angelangt? Wir denken schon, aber wie gesagt, da braucht es noch viel mehr Forschung, genau in diesem Bereich. Zum Beispiel kann man sagen, dass vor 65 Millionen Jahren das große Aussterben der Dinosaurier stattfand. Also waren wir vor drei Millionen Jahren am nächsten potenziellen Moment des großen Aussterbens und der Wandlung. Wir sind also wahrscheinlich an einem sehr stürmischen Punkt in der Lebenszeit unseres Sonnensystems angekommen, der auch mit dem Aufstieg und der Vorherrschaft kreativer menschlicher Wesen zusammenhängt. Was eine andere Frage aufwirft, nämlich, dass alle anderen Organismen in der Vergangenheit ausgestorben sind, das ist eindeutig. Die Menschen sind die einzige Spezies in der Geschichte des Planeten, die die Fähigkeit haben, sich selbst vor dem Aussterben zu retten, indem wir eben diese Phänomene verstehen lernen, auf die sich diese beiden Herren beziehen. Durch kreatives Denken können wir verstehen, was die Zerstörung der menschlichen Zivilisation herbeiführen könnte und das Ruder entsprechend herumreißen. Und wir sind jetzt genau da, wo wir das tun müssen. Man könnte doch auch sagen, dass der Geist des Menschen eine schwache Kraft ist. Ähnlich wie die Naturerscheinungen, die wir diskutiert haben. Das Magnetfeld ist nicht besonders stark, wird aber von Tieren wahrgenommen. Und es kann heftige Effekte auslösen, obwohl es an sich ziemlich schwach ist. Mit dem menschlichen Geist ist das vielleicht ähnlich. Auch wenn der Mensch nicht das stärkste, größte, schnellste Wesen ist und keine Supersinne hat, können wir doch Berge versetzen und die ganze Welt verändern. Richtig. Es gibt ja zwei Beispiele. Erstens bricht derzeit ein Massenstreik aus, über den wir auf dieser Webseite viel berichtet haben. Aber bei einem Massenstreik handelt es sich auch um ein Ereignis kosmischer Strahlung. Denn es ist ja nicht so, dass irgendjemand in Libyen oder Ägypten den Leuten in Wisconsin eine mächtige Botschaft geschickt hat, jetzt auf die Straße zu gehen, jetzt zu protestieren. Vielmehr gab es einen gleichzeitigen Ausbruch dieses Massenstreik-Phänomens auf der ganzen Welt. Es war also nicht Twitter. Eine Stimmung der Zeit bewegt die Menschen. Genau. Und ein anderes Beispiel liegt in unserer Fähigkeit, Entdeckungen zu machen, zum Beispiel über die Funktionsweise der Biosphäre. Durch die können wir Land und Biosphäre so formen, dass sie das tun, was wir von ihnen wollen. Mit dem Projekt der Nordamerikanischen Wasser- und Stromallianz Nawapa zum Beispiel haben wir die Pläne und das Know-how, in dem wir Ingenieure und so weiter kontaktieren, um solche Dämme und Reservoire zu errichten und tiefe Tunnel auszugraben, durch die mehrere hundert Milliarden Kubikmeter Frischwasser in die trockenen Gebiete der USA geleitet werden sollen. Das könnte übrigens wichtige Folgen haben für die seismische Aktivität der Erde. Und ich möchte dazu kurz etwas anmerken. Der vorhin genannte russische Wissenschaftler Soloviev betonte, dass derzeit viele kleine Beben in Kamtschatka stattfinden, die entweder auf einen gewaltsamen Ausbruch der dort aufgebauten Spannungen hinauslaufen, oder aber sie gehen in dieser kleinen Stärke weiter und bewirken so einen langsamen Abbau der Spannungen, bis sich alles beruhigt. Wir wissen, dass wenn wir große Wasserreservoirs anlegen, Bedingungen für erhöhte seismische Aktivität geschaffen werden. Erdbeben treten oft um neu angelegte große Reservoirs auf. Wenn wir nun gigantische Wasserreservoirs in Alaska oder entlang der Rocky Mountains schaffen, werden wir Wasser in Gegenden hineinleiten, die in der Tendenz seismisch aktiver sind. Indem wir zum Beispiel den Gehalt der Reservoirs variieren, könnten wir in der Lage sein, diesen Erdbeben etwas Schlagkraft zu nehmen und sogar die Wucht mancher Erdbeben zu kontrollieren. Das NAVAPA-Projekt könnte also sogar ein Antrieb für die Wissenschaft im Bereich der seismischen Aktivität sein. Absolut. Es wird ein Segen für alle Wissenschaftler sein, nicht nur hinsichtlich der Vorgänge in der Erde, sondern auch, was die Zusammenhänge zwischen Erde und dem restlichen Sonnensystem angeht. Between the Earth and the rest of the solar system domain.